familie hat überall auf der welt schlangenabzeichen verteilt wir sind in china ja das heißt hier treffen wir machen eine party für mich und ich bin nicht mal da ich bin mit mario master 6 6 jetzt sind wir wieder in china und eine party für für dichter nero und du bist noch nicht mal da ja das ist ziemlich befasst sehr sehr beschäftigte frauen ja den ganzen weg zurückgegangen ist noch nicht mal neben leben das schlimm aber hey wir sind schon in china ich hoffe wir finden spielplatz hier der spielplatz ja jetzt kann ich also ich kann nur ich kann nur so ratschläge machen wenn ich hier meine armbus ausgerüstet hat und so also in anderen waffen kann ich wollen wollte schon sagen ich habe die ganze versuchte in dem einen bosskampf letztens hier unter den dingern herunter zu rollen aber die hat immer noch einen ratschlag gemacht da muss man lang kann man gar nicht vorwärts so wir haben großes rätsel gelöst mit einer wong in der letzten folge das war ganz schön nervig es soll ich so als ob ich hier in einen guide geguckt hätte und es ist der spielplatz wir kommen nicht hin doch kommen oder doch das ist jetzt nicht so war hinten noch mal diese lustigen szenen wir werden sie alle wieder sehen ich habe es auch sehr gut das war teilweise ausbildung ja okay so genug spaß derzeit zu bett wenden bist du nicht hier bad girl hat ja auch in den tagen ja nicht aber es war ziemlich stylisch den ganzen tag dafür geübt er zeigen können ich guck mal wo wir hin müssen auf dem stadtplan da wir sind wir sind hier exklusiv weil der riesen arm muss ich sagen ist ein bauch riesenfeiler ja genau jetzt auf jeden ein ausgezeichnet sehr gut wie viele pfeile hast du eigentlich noch hast noch genug feile ich habe noch zehn pfeile zehn pfeile okay ist nicht gerade fehlen spart ihr deine pfeile noch ein bisschen auf ich bekomme war relativ auf welche ich wollte nur gesagt haben hat aber noch da kommt was oh mein gott sehen sie euch an ich habe die gleichen salto machen ja sie sind perfekt für den zirkus hier sind übrigens noch pfeile das nachtleben hier genossen das stimmt hier hier scheint ja eben immer betrieb zu sein jetzt hier kostet seine nähe anscheinend ist jetzt die große nähe ist es schon wieder so weit dass ich die akrobaten gerade gesehen natürlich habe ich die akrobaten gesehen sie waren stylisch das spaß ihre formen vor war dass er auch mehr jetzt mein fuß auf der in ein gesicht eine hervorragende kombination das ding sehe ja das sind dann für ein angewendet irgendwie so auf dem boden haus wenn die noch stehen ich zerstört ein fuß ich schlag die halt einfach so welchen knüppel die hat einfach wieder ich brauche da ist nicht mal offen danke das war es mal hin und genau jetzt setzen uns mal hin und beruhigen uns ich habe ich war weiß wie man mit solchen sachen umgeht sie alle würden sehr uns wollen sie darüber reden ich bin sicher war die füger auf die füger ok auch seine mazoni heraus immer wieder mal was halt mit auf jeden welch lustiger glitsch nein war das war noch nur gäste sie wollten noch alle nur zum zirkus melonen bevorzugst du wasser melonen oder honig melonen was aber lohnt wo ich probiert habe ich habe ich sogar gesehen du musst du musst damit mit der klarer aufschließen ich brauche nur mein messer es ist halt einfach die pure ironie findest du dich naja ich meine kombo durchgekriegt das war aber noch du ich war darum aber da liegt auch so ist er noch so ein es macht echt spaß die kollegen zu verprügelt macht so ein spaß es ist nicht so als ob ich hier gerade eine wassermelone mitgenommen habe da gehen wir nach hohe ausgezeichnet herzlichen glückwunsch es ist eine kettensäge es scheint zornen wir werden einfach gegen den kämpfen können der war nicht so schwer wenn ich mich wollte ich gerade sagen da hoch ja warum bist du da unten was wollen wir unten naja ich finde irgendwie einfach den ab zu knallen anstatt hat hier zu machen ja so alles wackelt alles wackelt ja genau das wege nein den brauche ich noch die brauche ich doch normal ich war die ganze zeit am wackeln also langsamer kollegen jetzt mal ja reinkommen da bin ich wieder ja die frage da muss ja nicht alles wackelt dann muss dann auch eigentlich haben wird alles immer gewackelt ja okay ja muss jetzt nicht so sehr flexen natürlich mann dann ihre musst du eigentlich immer flexen die kamera zeigt halt einfach straight nach oben ich glaube wir müssen jetzt sowieso in den ketten sägen typen kämpfen naja dass wir da hinten ist auch jemand schlüssel kollege also ist denn los mit euch so viele leute okay ich werde damit schon klar kommen muss ja auch irgendwann benutzen und ich habe vier davon und erwarte für dich jetzt ein grünes kraut übrigens da steht ja 1 danke sehen und das noch ein grüß kraut für mich nah und ich habe keinen platz mehr jetzt haben die dauer dauer kiste ich hatte ich jetzt punkte ich habe auf jeden fall schlüssel ja ich kann ja nicht mitnehmen nämlich bin dazu nicht ausgebildet worden ich wollte ihm sowieso einfach nur noch mal das genick nein man sollte sich nichts nehmen was eine nicht gehört noch ein bisschen auf abstand dieses du bist jetzt markiert mit einer explosion ja da unten koch noch ein paar zombies das rotes kraut ich kann sich mitnehmen ja ja du hast den schlüssel die kriechen daraus na warte ich werde einfach auslöschen ja und das größte ich habe keinen platz mehr ich habe schon wieder da so wenn man es gezeichnet ja wir können ich da noch was ich noch was hoffe ich kann es legen lassen kamera zeigt wieder nach da oben hin dann gehen wir nach oben wenn im netten muss wenn im netten zug ja ich verstehe ja ja sie ist doch schon werden wir machen sollen hallo der ist doch wozu gekommen ja ja gefallen okay nein ich hab's nicht bekommen nein irgendwie will ich jetzt sterben ja damit er darf dadurch ein zogen wie du ja für mich knabbert sie zu tode umspiel zu spüren ich habe eine annehmen wird sein direkt ein ich habe es auch da wobei mir gar nicht angezeigt okay ich nehme ein nachladen und zweit mal ganz gezählt jemand hat schon beim ersten mal gezählt ja ich habe so ein standbild irgendwie von der umgebung nur halt in die farben der ausgültig ich habe gesagt was so dass ich jetzt naja ich glaube das ding muss man nicht noch mal abschießen aber ich habe keine recht bekommen also nämlich mal nicht ich mache es doch bei mir kam nichts damit kommt keine meldung ja die meldung kommt auch nicht da passiert eigentlich wenn ich lehrt hast du drücken ist mich dann so rum schwingen nein ja ich muss ja manchmal lehrt hast du drücken aus dem weg zu kommen ich nehme an du hast diesen luxus nicht mehr da kommt nichts da muss man selber drauf kommen ich sag dem trotzdem immer wieder ab so ich lade nach bist du ja ohne kollega ja warte ich schwimme mich einfach darüber aber ich werde kaum geschlagen ja ich wurde runter geschleudert ich weiß nicht mal genau was du da machen musst irgendwie genau das ist auch so weit wenn man den aufweichen soll ja 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 dieser ding jetzt mal ab da oben kann man nähe ich kann nur den ja machen ich nehme an als für mich wenn man oder ich bin gewollt geklappt ich kann immer auf den weg gehen scheiße danke 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 der autos aber ich auch frau oder also leben wir beide vom boden war der tausendmal springer als hier beim ersten war ja das ist aber drücken ich bin einfach ausgewichen danke ein paar kisten und sohn zog dann hatte ja ich hatte meine hat nicht an der maus quick times events hatte bis gerade da und schon wieder tot ich dachte wir starten ja wieder vor dem kampf hier nicht direkt beim quick time event ok wir starten direkt beim quick time event ja maus also warten ich glaube ich lasse mich dadurch durch die jetzt weg mein pieps da war ja 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 vielleicht nicht mehr auch als passiert ja jetzt weiter oder oder sind wir fertig noch mal aus einem stunde ich glaube es geht noch weiter ich sehe mich doch nicht meine mysteriöse doppelgängerin zu treffen okay ich sehe mich wieder hallo ich will eigentlich woanders im schauen aber ich habe mich da einzugucken ja ich kann auch nirgendwo ich kann die kamera auch nicht drehen ich frage mich wer es war aber ich glaube er flog nicht beschissen ich glaube er war gerade kurz davor einzufahren noch im leben doch hier wo kommt man da hin sie hat ja so ganz knapp da und da kommt man da hin ist jetzt so ganz knapp hier so mit dem schruggewerter eingeschossen ja gerade geht natürlich auch es hat nicht genützt nichts genützt gar nicht so darunter so ich sehe es wirklich nicht doch da da sehe ich habe ausgezeichnet eben zeit bei der waffen waffen nachzuladen okay alle waffen sind nachgeladen die waffeln pflanze und sagen okay weiter geht es weiter geht nein eine werbung